Let's Dance 2024 geht an die Substanz Gabriel Kelly, Detlef D., Soest, Sophia Thiel und Co. haben sehr viel abgenommen. Aus der Kategorie Gewichtsverlust gab es schon direkt zu Beginn der aktuellen Let's Dance Staffel News, allerdings hatten die wenigsten davon mit den Kandidatinnen und Kandidaten der 17. Staffel zu tun, sondern zunächst nur mit der Jury und dem Moderatoren-Team. So berichtete Joachim Jambi beispielsweise, sechs Kilo abgenommen zu haben. Nachdem ihm ein Mann auf dem Golfplatz 2023 einen fiesen Spruch gedrückt hatte. Nach, ach, Sie sind's, Herr Jambi. Mensch, ich dachte, Sie wären schlanker, kam der Moment, in dem ich dachte, euch werde ich's nochmal zeigen. So der Juror gegenüber. Bild. Let's Dance 2024, Gewicht ist in Staffel 17 ein großes Thema, auch für Joachim Jambi und Daniel Hartwig, ob diese Veränderung nötig gewesen wäre, sei mal so dahingestellt. Doch erreicht hat Joachim Jambi sein erklärtes Ziel mittels einer Diät. Süßigkeiten und andere Lebensmittel mit hohem Kaloriengehalt strich er von seinem Ernährungsplan, verzichtete unter anderem auf Wein, Nudeln oder Brot. Ich kam von 91,5 Kilo und bin gerade auf 85,5 Kilo, berichtete der 59-Jährige im März 2024. Auch Daniel Hartwig hat abgenommen, und zwar sage und schreibe 55 Kilo. Diese Veränderung stellte sich natürlich nicht von heute auf morgen ein. Doch die Zuschauerinnen und Zuschauer machten trotzdem große Augen, als der Let's Dance-Moderator bei der Kennenlernshow am 23. Februar 2024 das Parkett betrat. Auch Jambi merkte an, Hartwig sei merklich schmaler geworden. Die 55 Kilogramm verlor der Moderator aber nicht vom Start der 17. Staffel, sondern bereits 2017. Sein Abnehmgeheimnis, Ernährungsumstellung und regelmäßiges Joggen. Mit 18 Jahren hatte er schon einmal sehr viel Gewicht verloren. 140 Kilogramm wog er damals, ließ dann eisern die Pfunde purzeln, bis ihn der Jojo-Effekt einholte. Staffel 17 Wie viel haben die Let's Dance-Promis bislang abgenommen? Während Jambi und Hartwig abnehmen wollten, kämpfen die Promi-Teilnehmer innen der RTL Snow teilweise mit allen Mitteln dagegen an, Gewicht zu verlieren, meist ohne Erfolg. Das Let's Dance-Training verlangt den Kandidat innen alles ab. Laut einer Schätzung von Profitenzer Massimo Sinato verbraucht man an einem, ganzen Training stark, schon mal so 1800 Kalorien. Für ohnehin schon dünne Menschen wie Ann-Kathrin Bendixen eine ganz schöne Herausforderung. Denn während ihrer Teilnahme an der Survival-Show, 7 vs. Wild, verlor sie bereits 5,2 Kilo, wog danach 48,3 Kilogramm. Damit ihr Körper während Let's Dance die nötige Energie bekommt, versucht es Affe auf Bike, unter anderem mit Bananen und Schokolade. Das Let's Dance-Promis bislangt den Kandidat innen. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018